Später Abend. Ich darf euch begrüßen hier zu einer neuen Folge. Zu einer neuen Runde Annual Tournament. Und wir spielen heute nichts weiter außer eine Runde Blitz. Weil mehr Zeitlust habe ich nicht. Das ist 037. Aha. Zähle die Sohn hier aber nicht mit. Das ist mal noch so ein bisschen die Übenstunde. Die die Runde zum Bahnen werden. Würde es sein. So. Wenigstens das. Das war das noch. Vielleicht, dass wir noch so ein bisschen dabei bleiben können. Genau. Oh, das ist Posting. Oh, das ist Posting. Oh, das ist Posting. Da. 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 Was ist das? Shit. Shit, wir sind das denn jetzt lang. Naja. Da war keiner. Da war keiner. Und täglich grüßt das Murmelt hier. Sacht so. Schauen wir mal. Ja, sehr lustig. Hm. Hm, das hat nicht geklappt. Das hat auch wohl geklappt. Hm. Das Problem ist... Awful, buddy. Jeez. Hm. Ich habe den U-Damit geschlossen. Er hat sich gerade selber in die Luft gesprengt. Das war ganz klar nach oben. Liste. Das ist wenigstens wert. Ja. Würdest du vielleicht bitte warten? Oder das? Oh, nice. Jetzt laufen die da lang. Ein Versuch was wert. Ne. Das war nicht so das gelbe vom Ei. Okay. Gegenfrage wo kamen die Raketen gerade her? Nice. Ne. Oh, ich bin zu unfähig. 2 lives remaining. Flag is returning. Flag taken. I'm going back for help. Dennoch. Flag dropped. I'm going back for help. Flag taken. 3 minutes remaining. Enemy in base. Not quite. Swing in base. Flag dropped. Flag dropped. Final looking. I'm on my last way. Flag shaken. Flag dropped. Enemy in base. Don't kill. I'm going back for help. Flag dropped. I'm going back for help. Flag got killed. Oh my God. wow wir spüren noch eine die ist dann komplett und dann hören wir heute auch wieder auf es steht 2-2 die 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 Hey. Ooh, fuck. Warum haben wir eigentlich keinen Redeemer? Ich finde das unfair. Ach, dieser Chat. Schaut mal auf den Chat. Qualitativ hochwertige Beiträge incoming. Nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hmm. was machst du sehr schön hmm Somebody, get our flag! Aber so was bad. Ah, nein. Oh, ernsthaft. Das war unfair. Das war nicht. Ich habe die Hü-Damage gespürt. Die Flaggebegabe. Die Flaggebegabe. Sieh, holen wir die Flagge. Die Flaggebegabe. Die Flaggebegabe. Sieh, holen wir die Flagge. Da willst du mal ein bisschen rosten und was kriegst du? Eine Klatsche. Die Flaggebegabe. Die Flaggebegabe. Shit, ich finde jeste, jetzt seid ihr. Die Flaggebegabe. Die Flaggebegabe der Glow-Ward ogrer. Ja, gut. Oh. Was ist das? Was ein hübsches Bug. Nee. Give him a ballon. Okay. Flag in clean. Flag at waterfall. Flag dropped. Flag taken. Flag dropped. Flag taken. I'm going back for help. Flag dropped. Flag taken. Flag in move. Oh, 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 oh. Was nötig. Oh, 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 oh. 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 innen wie kommt man da aus? Aha Naar ik Naar ik Okay. Ich müsste das Spiel mit mehr Leuten spielen. Flag taken. Flag in Temple! Flag in Temple! Flag in Shrine! Ghosts stop their rally! I'm off my last light! Incoming! High! I'm going back for help! Deny! Flag in Temple! I've got a team of scores. Mmh. Incoming! High! Flag in Arena! I've got a team of scores. Yeah. Okay. Okay. Hey. Geht doch. 70 ist mehr als 38. Nein, danke. Ich verzichte. Ich denke, das reicht für heute. Sollte es euch trotzdem gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ein Abonnement auf dem Kanal. Ein Abonnement? Ein Abo auf dem Kanal würde mich auch so unterstützen. Schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei von mir. Dort gibt es hin und wieder mal einen Livestream. Wenn ihr mitmachen wollt, das Spiel selber ist kostenlos. Und dann könnt ihr mal bei meinem Discord-Server vorbeischauen. Den Link dazu natürlich in der Beschreibung. Genauso wie die Links zu einigen anderen tollen Personen, die auch guten Content produzieren. Wenn auch nicht so in Massen, sondern eher in Maßen. In diesem Sinne darf ich Danke sagen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Woche. Jetzt möchte ich noch 20 Sekunden lang was anderes labern. Dann haben wir die 29 Minuten. Hab ich was vergessen? Achso, ihr könnt das Video auch noch teilen. Wenn ihr es mit anderen Leuten teilen wollt. Na gut. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.